Ob es ein Papagei ist, der seinen Nachwuchsspazieren führt, oder eine Katze, die beim Stehlen erwischt wurde, Tiere sind ständig für Überraschungen gut. Und heute haben wir viele davon für sie. Also, wenn sie lustige oder überraschende Tiermomente mögen, bleiben sie dran. Denn wir zeigen ihnen unglaubliche Tiermomente, die auf Video festgehalten wurden. Wildschweine sind extrem gefährliche Tiere, aber diese drei Hunde scheinen es nicht zu stören, wenn sie sich entscheiden, dieses große Wildschwein anzugreifen. Sie greifen das Tier ständig an, aber es kontert ihre Angriffe mit einigen beeindruckenden Anstürmen seinerseits. Ich weiß nicht, wie dieser Kampf endet, aber er scheint ziemlich ausgeglichen zu sein. Elefanten sind majestätische Tiere. Und diese Naturliebhaber erlebten ein unglaubliches Erlebnis, als ein großer Elefant zu ihrem Jeep kam und Hallo sagte. Alles hätte passieren können, denn ich habe schon aggressive Elefanten gesehen, die ohne zu zögern Fahrzeuge angriffen. Aber dieser Kerl war super freundlich und hatte kein Problem, sich allen vorzustellen. Wie wäre es mit einem Tritt in den Hintern? Dieses dunkle Pferd scheint das weiße Pferd in seiner Nähe nicht zu schätzen, also tritt es ihn in den Futtertrog, wo das weiße Pferd stecken bleibt und nicht herauskommen kann. Wenn ihm niemand hilft, wird dieses Pferd nicht aus seiner misslichen Lage herauskommen. In diesem Video lauert ein Krokodil einem Pavian auf, der an einem Wasserloch trinken wollte. Der Pavian bemerkte das große Reptil nicht, bevor es zu spät war und endete in seinem Maul, zu Tode gequetscht. Karkados sind lustige Vögel und einen zu besitzen ist immer eine Freude. Aber der Kerl in diesem Video ist von einer Horde von ihnen umgeben. Ich weiß nicht, ob er all diese Karkados besitzt oder ob er einfach in einem Gebiet lebt, wo sie in der Wildnis leben, aber eines weiß ich sicher. Er hat die Zeit seines Lebens. Pizza ist nicht gerade das Essen der Wahl für Kätzchen, aber ich denke, diese Frau möchte ihr Kätzchen verwöhnen. Sie erwähnt, dass sie die kleine Katze nicht zum Essen einlädt, weil sie einfach das Essen von ihrem Teller stiehlt. Es muss schwer sein zu essen, wenn ein süßes Kätzchen einen ständig belästigt. Dieser Seelöwe hat das ganze Jahr über hart gearbeitet und endlich einen wohlverdienten Urlaub am Strand genommen. Ich meine, wie viel entspannter kann man noch sein? Diesem Kerl fehlen nur noch ein Pina Colada und ein paar Damen, um diesen Urlaub zu einem Traumurlaub zu machen. Wenn ein Bär beschließt, einen Spaziergang durch die Stadt zu machen, weichen die Menschen aus Angst aus, filmen den Bären aber trotzdem und schauen ihm zu, ohne um ihr Leben zu rennen. Das Tier scheint friedlich und gelassen zu sein und möchte nur die Gegend erkunden. In diesem Video beobachtet eine Schlange, was wie eine Schnecke aussieht und nimmt sich Zeit, bevor sie zuschlägt. Aber wenn sie zuschlägt, weiß sie genau, wo sie zuschlagen muss, um zu töten. Die Männchen besitzen Katzen, andere Hunde, aber diese Menschen besitzen zwei Papageien, die ein Vergnügen sind, sie beim Raufen auf dem Sofa zu beobachten. Beim Anschauen von Tiervideos habe ich festgestellt, dass Vögel extrem klug sind. Und dieser Vogel bestätigt dies erneut, als er auf ein Skateboard springt und eine Runde dreht. Haben Sie jemals so viele Menschen mit Golden Retrievern im Arm gesehen, die eine Rolltreppe hinunterfahren? Ich jedenfalls nicht, aber hey, es gibt immer ein erstes Mal für alles. Ich wusste nicht, dass Dairy Queen einen Eisstand im Busch für Tiere eröffnet hat, aber dieser Affe, der ein Eis genießt, lässt mich das denken. Es sei denn natürlich, einige sogenannte Naturliebhaber haben beschlossen, diesem Affen einen Leckerbissen zu geben. Nachdem er von seiner Freundin verlassen wurde, weil er sich nicht in einen Prinzen verwandelte, als sie ihn küsste, beschloss dieser Frosch, einige Cracker und ein Erfrischungsgetränk zu nehmen und das Leben zu betrachten, während er in den Horizont blickte. Ein Krokodil im Kruger-Nationalpark konnte sich an ein Löwenrudel heranschleichen, das an einem Flussufer eine Beute fraß, nur um von den verärgerten Löwen wieder in den Fluss gejagt zu werden. Löwen und Krokodile sind sich nicht freundlich gesinnt, kämpfen aber selten miteinander, weil es ein gefährliches Spiel ist, das sie lieber nicht spielen würden, es sei denn, sie werden dazu gezwungen. Es ist bekannt, dass Katzen von beweglichen Objekten angezogen werden, aber eine Katze auf einem Fernseher zu sehen, die versucht, Objekte auf dem Bildschirm zu greifen, ist für mich neu. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Reptil in freier Wildbahn ist oder in einem Gehege in einem Zoo eingeschlossen ist, aber es scheint in jedem Fall das Wasser zu genießen. Eine Friseurin, die ihre Pause macht, erschrickt, als eine Katzen- und Hundejagd einen mit Essen gefüllten Tisch umstößt, nachdem der Hund dagegen gerannt ist. Das gesamte Essen fällt zu Boden und verursacht ein Durcheinander, aber das hält die Katze und den Hund nicht davon ab, weiterhin Unfug zu treiben. Männliche Löwen kämpfen nicht nur, wenn sie in freier Wildbahn sind. Diese eingeschlossenen Löwen hatten eine Rechnung zu begleichen und sie legten los. Der lustigste Teil dieses Videos ist der Wärter, der die Löwen bedroht, indem er seinen Schuh auszieht, als ob er ihn auf die Katzen werfen würde, wenn sie weiter streiten. Ich kann nicht glauben, dass dieser Kerl einfach so in ihr Gehege geht, besonders wenn sie so verärgert sind. Es ist mir egal, wie viel Erfahrung dieser Kerl hat, wenn diese Löwen ihn töten wollen, werden sie es tun. Ein in diesem Löwengehege baut sich Spannung auf zur Mittagszeit. Denn alle Katzen wollen ihr Mittagessen. Und der große Männchen geht zunächst leer aus, bis der Wärter ihm endlich einen Knochen zuwirft. Ein unglücklicher Affe fand einen gewaltsamen Tod, als er von drei aggressiven Hunden gejagt und getötet wurde. Nach der Tat sieht man die Hunde, wie sie den Affen auseinanderziehen und versuchen, ein Stück Fleisch herauszureißen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um Streuner handelt, weil ich nicht glaube, dass sich ein sattes Tier so verhalten würde. Aber ich könnte mich irren. In diesem Video arbeiten zwei Katzen zusammen, um eine Mischen unmöglich zu vollbringen. Sie versuchen, Essen aus dem Kühlschrank zu stehlen. Und es gelingt ihnen, den Fisch aus dem Kühlschrank zu stehlen, was ziemlich beeindruckend ist. Aber am Ende werden sie von ihrem Besitzer erwischt und wegen Essensdiebstahls verhaftet. Die Kaution beträgt 10 Dollar pro Miezekatze. Als Naturliebhaber den Maseksee in Tansania erreichten, entdeckten sie viele Gnus im Schlamm, einige von ihnen bereits tot. Eine Löwin nutzte ihre Chance, tötete am anderen Ende ein Gnu und versuchte danach, ein Junges in der Mitte zu fangen, das mutig von den Erwachsenen verteidigt wurde. Sie mobilisierten die letzte Energie, die sie hatten, bis die Großkatze aufgab und auf dem weichen Boden kämpfte. Sie ging direkt zu ihrem Auto, zu müde, um die Hyäne zu vertreiben, die alles beobachtete, in der Hoffnung auf eine Mahlzeit. Aber zu ängstlich, um den glücklichen Gnus nachzugehen, die aus der miserablen Situation entkommen waren. Wenn ein junger Löwe beschließt, gefährliche Gewässer zu überqueren, wird er fast von einem hungrigen und wagemutigen Krokodil erwischt. Doch die große Katze nutzt ihre schnellen Reflexe, um das Reptil abzuwehren und zu entkommen. Dieser Affe ist ein Unruhestifter, und das zeigt er. Er wirft absichtlich alle Schildkröten gegen ihren Willen ins Wasser, als ob er ihnen damit zeigen möchte, dass er der große Boss ist. Da gibt es nicht viel, was sie dagegen tun können, also könnten sie sich genauso gut im Wasser vergnügen. Diese beiden wunderschönen Pferde drehen aus irgendeinem Grund durch und geraten in eine heftige Rauferei, die für die Betreuer zu einem Notfall wird, als sie eingreifen, um die Pferde zu beruhigen. Das braune Pferd ist das aggressivere der beiden, als ob es vom weißen Pferd verärgert wäre und ihm eine Lektion beibringen wollte. Ich bin mir nicht sicher, wer diesen Bären aufgezogen hat, aber er ist ein böser Junge. Schauen Sie sich einfach an, wie er sich in diesem Video verhält, und Sie werden verstehen, was ich meine. Allerdings ist er auch ein talentierter Bär und zieht seine Trompete heraus, um sie allen zu zeigen. Dieses weiße Pferd tritt gegen ein Kamel an und stellt bald fest, dass es kein Spaziergang im Park sein wird. Sobald das Pferd sich dem Kamel nähert, versteht das Höckertier die Botschaft und wird feindselig, indem es versucht, das Pferd zu beißen. Das Pferd entkommt dem Biss und läuft weg. Ein gehörnter Stachelhai sucht in diesem Video nach Nahrung und findet ein Wesen, das wie Aluminiumfolie aussieht. Als der Hai es beißt, setzt es eine gelbe, senfartige Substanz ins Wasser frei. Falls jemand weiß, was das ist, zögern Sie bitte nicht, uns dies in den Kommentaren mitzuteilen. Ein Leopardentreffen in freier Wildbahn während des Tages muss eine beängstigende Erfahrung sein. Aber ihn nachts zu treffen, wenn man kaum etwas sieht, muss traumatisierend sein. Und genau das passiert in diesem Video. Ein Tiger versucht in diesem Video, ein Reh zu überfallen. Aber das Reh ist schnell genug, um dem Zorn der größten Katze des Planeten zu entkommen. Beim nächsten Mal mehr Glück, Kätzchen. Diese Katzen sind fasziniert von dem Vogel, den sie auf dem Fernsehbildschirm sehen. Der Vogel sieht für sie real aus, aber sie haben keine Ahnung, wie sie ihn vom Fernseher schnappen sollen. Wenn sie nur wüssten, dass das nie passieren könnte. Dem diese Kuh in einen Laden gegangen ist, um nach etwas Interessantem zum Essen zu suchen, geht sie schnell wieder hinaus, als nichts Schmackhaftes da ist. Man sieht die Kuh aus dem Geschäft herausgehen, während Passanten verwundert zuschauen. Dieser Schmetterling fand diesen Hund so süß. Er konnte nicht widerstehen, auf seinem Kopf zu landen, um ihn zu begrüßen. Der Hund hatte keine Ahnung, was los war und beobachtete einfach, wie der Schmetterling nach einigen Sekunden abhob. Dieser kleine Hund hat sich wahrscheinlich mehr vorgenommen, als er bewältigen konnte, als er beschloss, sich mit ein paar Büffeln anzulegen. Einer der Büffel benutzte seine Hörner, um den Hund in die Luft zu werfen, Aber nach einem großen Spritzer im Wasser ging der Hund gleich wieder dazu über, das Kalb zu ärgern, obwohl er von den Erwachsenen verfolgt wurde. Was für ein temperamentvoller kleiner Hund das war. Dieses Video sieht aus wie ein Werbespot für Club Med. Was machen zwei Löwen am Strand in Dubai? Und wenn Löwen nicht genug sind, wie wäre es mit mehreren wunderschönen Pferden, die aus dem Wasser kommen, nachdem sie geschwommen sind? Ich weiß nicht, worum es hier geht, aber es war sicher spektakulär anzusehen. Seelöwen können äußerst freundlich sein, aber es wird empfohlen, Abstand zu halten, wenn man ihnen je nahe kommt. In diesem Video jedoch sind diese beiden so erschöpft, dass sie einfach nur einen Stuhl finden wollen, um sich hinzulegen. Wie lustig ist das denn? Ich meine, sie scheinen zu wissen, dass es bequemer ist, auf einem Liegestuhl zu liegen, als auf dem Boden. Sind diese beiden ein Pärchen? Denn so kommt es mir vor? Nun, ich werde verdammt sein. Der zweite Seelöwe entscheidet sich, sich seinem Freund auf denselben Stuhl zu setzen und sich gemeinsam für ihren Mittagsschlaf zu kuscheln. Zwei riesige männliche Löwen einen Warzenschwein in der Ferne schreien hören, beschließen sie zu untersuchen. Als sie dort ankommen, jagen sie einen Leoparden weg und übernehmen, indem sie das Warzenschwein selbst töten. Der junge Leopard hat Glück, lebendig davonzukommen, weil die Löwen ganz auf das Warzenschwein konzentriert waren. Aber eines der Raubtiere hätte den Leoparden leicht angreifen und töten können, während das andere seinen Fokus auf das Warzenschwein gerichtet hätte. Während er in einer Schublade nach Leckerlis sucht, wird eine Katze von ihrem Besitzer auf frischer Tat erwischt. Nachdem sie erwischt wurde, schließt die Katze die Schublade verlegen, als ob nichts zu sehen wäre. Tiere sind viel klüger, als wir ihnen zutrauen. Ein Senegal-Edelpapagei übt, eine Mutter zu sein. Kili zeigt, wie sie ihr Baby hält, es in einen Kinderwagen legt, damit herumfährt und es dann in ihrem Kinderbett schlafen legt. Dieser Trick hat nur ein paar Tage gedauert, um ihn zu lernen und dann noch etwas Zeit, um ihn zu perfektionieren. Kili ist ein erfahrener Kunststücke ausführender Papagei. Das Gehirn eines Papageien mag relativ klein sein, aber es ist im Vergleich zu dem von anderen intelligenten Säugetieren wie Primaten, Elefanten und Delfinen hochentwickelt und effizient. Alle Papageien haben die Fähigkeit, komplexe Verhaltensweisen wie Flugnavigation, Sprache, soziale Interaktionen, Problemlösung und Anpassungsfähigkeit in ihrem relativ kleinen, aber hochentwickelten vogelähnlichen Gehirn zu erlernen und anzuwenden. Beobachten Sie, wie dieser Kakadu sich leise dieser Katze nähert, bevor er ihr ins Hinterteil pickt und sofort davonfliegt. Der Kakadu weiß genau, was er getan hat und deshalb ist er davongeflogen. Aber es ist noch nicht vorbei. Der Kakadu kehrt zur Tatort zurück und versucht erneut, sich heimlich an die Katze heranzuschleichen. Er analysiert die Situation und setzt seinen Zug fort, indem er erneut die gleiche Strategie verwendet. Und diesmal bleibt er dort und ärgert die Katze weiter, als ob er will, dass die Katze reagiert. Er beißt sogar in den Schwanz der Katze. Aber wenn sich die Katze umdreht, fliegt der Kakadu erneut davon. Offensichtlich ist die Katze daran gewöhnt, denn sie hatte kaum eine Reaktion. Der Schimpanse in diesem Video wurde wütend auf die Menge. Die Leute hatten sich um den Schimpansenkäfig versammelt und er wurde genervt, als er die Erdbeeren nicht essen konnte. Also entschied sich jemand, ihm welche zuzuwerfen und er griff sofort nach dem Erdbeerpack, um sie zu essen. Wenn eine Großkatze ein Krokodil am Strand entdeckt, läuft sie direkt darauf zu. Aber das Krokodil spürt die Gefahr und wartet nicht darauf, dass Ärger kommt. Es sprintet direkt ins Wasser, um einem möglichen Angriff zu entkommen. Dies war kein großes Krokodil, daher verstehe ich seine Reaktion. Wenn ein Affe eine Flasche Wasser findet, scheint er zu wissen, was zu tun ist, nämlich das Wasser in der Flasche zu trinken. Aber das Problem ist, dass er noch nicht herausgefunden hat, wie man die Flasche öffnet. Also versucht er, das Wasser vom Boden der Flasche zu trinken, anstatt den Flaschenverschluss zu öffnen. Wenn Naturliebhaber mit ihren Fahrzeugen auf diesen Löwen zukommen, zuckt der Löwe nicht einmal mit der Wimper, während er an einem kleinen Wasserloch trinkt. Er geht weg und schaut sich die Fahrzeuge nicht einmal an. Auf dem Feldweg sieht man eine Löwin, die ein paar galoppierende Impalas beobachtet und versucht, eines zu schnappen, aber daneben zielt. Im Busch wird es nie langweilig und man muss nicht weit suchen, um etwas Action zu finden. Wenn ein männlicher Löwe beschließt, einige junge Löwen zu belästigen, natürlich dreht sich das alles um Futter, wenn die Jungen versuchen, einen Bissen zu essen. Und der Löwe möchte, dass sie auf ihren Einsatz warten und die Rangordnung respektieren. Ein niedlicher Hirsch ist mutig genug, dieses Haus zu betreten, um einen Schluck Wasser zu trinken. Das ist äußerst überraschend, denn Hirsche haben oft Angst vor ihrem eigenen Schatten. Kamele sind eine Macht, mit der man rechnen muss. Und das können sie sehen, wenn dieses Kamel angreift und ein Pferd ohne Probleme zu Boden drückt. Pferde sind nicht klein, aber dieses Kamel lässt das Pferd wie ein Spielzeug aussehen. Sobald es das Tier niedergedrückt hat, legt es sein Gewicht auf das Pferd, damit es nicht wieder aufstehen kann, bis sein Betreuer ihm das Signal gibt. Diese beiden könnten Freunde sein und einfach miteinander spielen. Alle diese Videos hatten etwas Interessantes an sich, aber mein Favorit war die Katze, die beim Stehlen erwischt wurde und so tat, als ob sie nichts getan hätte. Welches war ihr Favorit? Warum teilen Sie es nicht in den Kommentaren mit? Das war unser Blick auf 50 unglaubliche Tiermomente, die auf Video festgehalten wurden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Gefällt mir und lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie denken. Schauen Sie sich auch unsere anderen Videos an und abonnieren Sie, um Teil des Spaßes zu sein. Klicken Sie auf das Benachrichtigungssymbol, damit Sie unsere neuen Videos sehen können, sobald sie hochgeladen werden. Das war es für jetzt.